hey ho meine lieben seit mehreren monaten stehen wir wieder hier in der hohnung ewig und 3d hätte ich fast gesagt bloß wieso ja schon ewig kein küchenvideo mehr gemacht richtig aber heute ist es soweit wir haben damals gesagt bei unseren frühlingsrollen wir besorgen uns noch fertige teigplatten ja das haben wir gemacht die liegen allerdings jetzt schon draußen beim aufkauen manu macht uns jetzt die füllung also gibt frühlingsrollen mit teistplatten oder auszeitplatten oder irgendwie so nennt man das video möchtest du gleich mit den mit der füllung anfangen ja dann stelle ich dir die cam zurecht ich weiß schon gar nicht mehr wie man hier ein video macht leute wir sehen uns drüben in in der kleinen aber feinen küche ja richtig ja ich habe es nicht vergessen so hier ist die kleine übersicht tiefkühl asiatisches gemüse drei hähnchenbrüste ein weiß kohl und vier möhren aber ich weiß nicht ob wir das die komplette vier möhren rein machen werden wir sehen ja und bisschen soja soße drei zwiebeln und geschmacklich diese teriyaki soße noch vielleicht tue ich es rein vielleicht auch nicht und bambuschprossen mache ich auch da rein genau bin ich überflüssig überflüssig dass das ganze gemüse was zum schnippeln ist tue ich jetzt klein schneiden und sehen wir uns gleich wieder am herbst gut so das gemüse habe ich jetzt klein geschnippelt wow warst du fleißig ja klein grotten zwiebeln den halben kohl habe ich jetzt genommen nur das reicht ja ein glas bambuschprossen und das fleisch genau und jetzt gehen wir an den herd und putzeln schön langsam an so das öl ist warm jetzt werden wir das hähnchenfleisch rein machen erst mal ein bisschen anbraten und wenn es dann fertig ist kommt es dann wieder raus und dann kommt das gemüse dazu so das fleisch habe ich jetzt schon anbraten und jetzt kommt es wieder raus in die schucke noch ein bisschen öl rein jetzt noch mal den kohl die pfanne das dauert ein paar bisschen länger mit dem kohl hier kommt er zuerst ja den putzeln jetzt auch schon anbraten dann hole ich euch gleich wieder zu wenn er fertig ist so der weißkohl ist ein bisschen angebraten jetzt geben wir die zwiebeln schon mal dazu die gehen auch noch ein bisschen krustigkeit ab und die carotten werde ich jetzt auch noch dazu geben Okay. Und das brate ich jetzt schon an und hole ich euch gleich das zu. Jetzt geben wir das Tiefkühl-Immelser zu. Boah, riecht das lecker. Das brauche ich so draußen an der Computer-Ecke raus. Und das Gräter-Hähnchen. Deine Bambusch-Proffen? Ja, die kommen auch gleich. Ich stelle das wieder her. Und das ist gegangen um zu voll hier, die Pfanne. Und natürlich die Bambusch-Proffen auch. Und würzen werden wir es mit bisschen Sojasauce. Ich kann damit das alles schön vermischen. Anbraten. Die Flüssigkeit zieht ja ganz schnell weg. So. Das Gemüse mit dem Fleisch ist fertig. Und jetzt lassen wir es ein bisschen abkühlen. Und dann geht es gleich drüben weiter mit dem Teig. Genau. Mit dem frühen Rollen. Genau. Schmeckt so lecker. Ich habe gerade einen Probierer bekommen. Da drin ist nur Sojasauce. Mehr nicht. Da braucht es nicht mehr. Nee. Richtig, richtig lecker. So, Leute. Jetzt darf ich mal wieder. Also ich zeige hier jetzt nochmal die Verpackung von diesen Teigplatten. Und ich probiere das jetzt einfacher mal. Ganz vorsichtig. Sieht auch dünn. Denke ich mir. Wenn sie dann schon auseinander gehen. Das erste auf jeden Fall. So. Nimmst du mal den Teller gerade weg, bitte? Ja. Dankeschön. Und das hier brauche ich noch. Dann tun wir hier die leckere Füllung erst einmal hier drauf. Ein bisschen was. So. Ein bisschen ran ziehen. Einmal so drüber. Die Seite auch. Und dann können wir es fertig einrollen. Rein theoretisch. Das ist ja mein Pindelchen. Und dann mit ein bisschen Speisestärke. Einpindeln. Und ebola. Ebola haben wir die erste Frühlingsrolle. Die tun wir jetzt hier auf die Seite legen. Mit der Spitze zu einem. Entschuldigung. Mit der Spitze. Mit der Spitze. Schau. Und dann tun wir wieder so ein Löffelchen nehmen. Tun wir das wieder ein bisschen einschlagen. Leicht einrollen. Ganz. Dann einmal rum. Und einmal numm. Tja. Und das wiederholt sich jetzt so lange das Material reicht, Leute. Zweite. Wir holen euch dann wieder dazu. Wenn wir die alle soweit gerollt haben. Ja. Genau. So machen wir das jetzt. So, Leute. Und wenn es hier etwas dunkler ist als sonst. Da oben ist eine Lampe kaputt gegangen. Und da sind sie jetzt die Frühlingsrollen. Und natürlich der zweite Teller. Also wenn das jetzt exakt 40 Blätter waren. Haben wir drei übrig. Müssten das 37 Frühlingsrollen sein. Ich zähle sie jetzt nicht nach. Aber eins kann ich definitiv schon sagen. Leute. So geil. Die Frühlingsrollen zum Rollen. Richtig, richtig geil. Top. Schnell. Gut. Genial. Und jetzt Fritteuse anfeuern. Anheizen. Anfeuern. Anheizen. Was sie schon macht. Und ja. Dann legen wir die ersten rein. So meine Lieben. Auf 170 Grad vorgefeuert. Angeheizt. Vorgefeuert. Egal. Und du. Handy halt jetzt die Klappe. Und jetzt fangen wir mal. Mit dem Teller an. Spatzel. Du legst mal gleich am Teller mit. Zeber. Zeber aus. Ich habe aber keinen großen Teller mehr. Dann nimm doch den, wo noch die drei Teigplatten drauf sind. Und tu einfach die Teigplatten runter. Ja, stimmt. Und dann schauen wir mal, ob das hier was wird. Ich hoffe es auch. Ich habe schon so cool Dampf. Reicht eine? Ja. Ja, erst einmal. Oder zwei. Ich bin ja gespannt, ob die aufgehen. Ob die zu bleiben. Ob sie schön knusprig braun werden. Da ist mein Schnapp-Schnapp. So. Blöd, wenn da das ganze Besteck drauf liegt. Mein Schnapp-Schnapp. Extra aus Gummi, dass es hier nicht zu viel Krach macht. Kann man die hier drehen? Nö, auch nicht. Naja, gut. Lassen wir sie einfach mal jetzt ein paar Minuten drin. Hat irgendjemand auf die Uhr geschaut? Zwei. Um acht Uhr reingetan? Nein. Später. Acht Uhr eins. Naja. Also wir warten jetzt ganz einfach mal, bis sie ein bisserl der Farb kriegen. Geht doch die von selber unter oder klebt die fest? Nein. Geht unter. Zwei. 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 Ich frittier die jetzt fertig und wenn wir sie rausholen, holen wir euch auch wieder dazu. Ja, sieben Minuten sind die locker jetzt schon drin. Aber haben immer noch nicht die gewünschte Farbe, aber ich glaub, die kommt jetzt gleich. Und wenn nicht, erst mal sie so. Also zu lang lassen die jetzt auch nicht drin. Ja, also acht, neun Minuten reichen jetzt auf alle Fälle. Jetzt tun wir die mal raus, tun die verköstigen dann gleich. Aber erst ein bisschen abkühlen lassen. Und ich drehe jetzt noch die Fritte ein bisschen höher. Und guck, was dann mit der nächsten Ladung passiert. Aber knusprig sind sie schon. Ja. Ja. Nächste Ladung rein. Drehen wir mal auf 180 Grad hoch. Ja, und Leute, wir sehen uns gleich beim Probiererle. Und dazu haben wir wieder unsere Sweet Chili-Soße, die so lecker war. Ein kleiner Tipp von mir. Die Soße in einem Eierbecher. Ruhe. Dann kann man die nämlich schön eintunken. Was machst du? Ich verbrenne meine Finger. Dann biege ich mir gleich die Gorsche. Ich bin so empfindlich. Ich bin so empfindlich. Nie wieder versuchen, Teigplatten selber zu machen. Oder Reispapier nehmen dazu. Geil. Einfach nur geil. Sehr, sehr lecker. Und knusprig. Und die nächsten werden bestimmt ein bisschen dunkler von der Farbe her. Ich glaube, da hat sich jemand die Gorsche verbrannt. Nein. Aber wir haben jetzt probiert. Und sehen uns nachher noch zum Fazit. Bis gleich. Genau. Ja Leute, ich hau gerade wieder in die nächste Ladung rein. Und das richtig geile ist, kein Ankleben, nichts. Also richtig, richtig geil. Also ich bin mehr als zufrieden mit diesen Fertig-Zeitplatten. Das reicht. Temperatur laden wir jetzt auf 180 Grad. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, die zweite Ladung sieht richtig, richtig perfekt aus. Ein bisschen Farbe, leicht bräunlich. So dunkel müssen die ja nicht werden. Hauptsache knusprig sind sie. Bitteschön mein Engelchen. Und jetzt wirklich nachher. Fazit. 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 Leute, definitiv kauft Platten. Kauft tiefgefrorene Platten. Besser kann man die Frühlingsrollen nicht machen. Richtig. Vergesst es selber Teigplatten zu machen. Viel zu viel Stress. Wird eh nichts. Meine persönliche Erfahrung. Und wirklich die waren perfekt. Wobei ich allerdings eins sagen muss. Hör auf damit. Deine allererste Füllung, was du uns gemacht hast. Die war besser. Die Füllung jetzt war wirklich hervorragend lecker. Aber ich meine damit, die erste Füllung hatte mehr diesen asiatischen Touch. Ja. Ja. Und die musst du nochmal ganz genau so nachmachen. Und dann machen wir die Frühlingsrollen für uns jetzt. Ohne Video dann. Nochmal. Viel zu lange her. Video angucken. Ganz einfach. Wie hat es dir jetzt geschmeckt? Die Pfannesdose? Sehr gut. Also auch nie wieder selber Platten machen. Bist du auch der Meinung. Und nimm wieder diese gekauften. Ja. Außer die Mini-Dinger. Außer die Mini-Dinger. Die sind gut. Die sind mal richtig lecker. Die sind gut. Aber so jetzt war echt geil. Ja. Ja. In dem Sinne. Da hinten wird es gleich tuten. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tchaikowski. Nettes Kommentar. Abo. Ihr wisst Bescheid. Wir würden uns auf jeden Fall gut freuen. Ich muss nach meinen Geräuschen gucken. Ciao, ciao. So. Noch nur drei Minuten.